Servus liebe Filmfreunde, willkommen zu Cinema and Will aus Liebe zum Film. Ja, im heutigen Video werfen wir mal einen kritischen Blick auf das Media Book zu Get Out aus dem Hause Birnenblatt. Wir gucken uns an, wo liegen die Stärken, wo liegen die Schwächen, was ist gelungen, wo hat man sich Gedanken gemacht, aber was hätte man auch besser machen können und dafür wechseln wir jetzt auch direkt hier in die Vogelperspektive und gucken uns zuerst einmal das Frontmotiv an. Hier sieht man ein richtiges analoges Ölgemälde und das ist gezeichnet worden von Hans Wudi, steht auch wie immer auf der Rückseite drauf, können wir uns nachher auch nochmal angucken, der schon unter anderem das Zimmer 1408 gemacht hat für Birnenblatt. Also hier haben wir ein analoges Ölgemälde und genau deshalb hat man sich bei diesem Exemplar und Cover dazu entschieden, diese Träne, die ihr hier seht, eben nicht durch eine Spotlacklackierung oder sonstiges hervorzuheben. Man wollte dieses Ölgemälde eben so lassen, wie es seinem Ursprung entspricht, denn man malt bei der Mona Lisa auch nicht mit so einem Stabilo-Stift umeinander, um irgendwelche Sachen hervorzuheben. Also hier hat man sich ganz klar Gedanken dazu gemacht. Bei der Cover-Variante B meine ich, wo die zwei Bediensteten zu sehen sind, da hat man sich dafür entschieden, das Ganze mit einer Spotlackierung hervorzuheben. Also hier hat man sich ganz klar Gedanken dazu gemacht. Vom Motiv her absolut gelungen, toll gemalt und hat eine fantastische Wirkung. Das ist ganz klar der Eye-Catcher sozusagen. Dann kommen wir zum Spine, dem Buchrücken. Hier haben wir oben das neue Birnenblatt-Logo, das meiner Meinung nach sehr gut gelungen ist. Selbstverständlich hat mir auch das alte Logo gefallen, wenn wir uns das jetzt einmal hier angucken. Birnenblatt. Aber sind wir mal ehrlich, was assoziiert ihr mehr mit dem Thema Film? Ganz klar eben dieses neue Logo. Denn guckt man sich das einzig und allein mal an, dann sieht das zwar richtig klasse aus, aber wenn du nur das siehst und nicht weißt, worum es geht, dann könnte es ja entweder ein Obstlieferant sein oder eine Schnapsbrennerei. Und deswegen finde ich das auch richtig gut gelungen. Jetzt ist die Frage natürlich, muss ich das immer gleichfarbig machen oder nicht? Ich habe jetzt nur zwei Stück bisher in meiner Sammlung. Die passen sehr gut zueinander. Hier, wenn wir uns das Ganze einmal angucken, bei Vergissmein nicht, dem Mediapook hätte man vielleicht anmerken können, dass es ein bisschen nah an dem Kopf hier geraten ist, wenn man sich das Ganze anguckt. Aber einheitlich alles dann immer auf einer Höhe und sieht dann im Regal, wenn wir mal nach hinten gucken bei mir, dann schon richtig super aus. Guckt man auf die alten Birnenblatt-Logos, die waren alle auf einer Reihe oder einer Höhe zu sehen. Und zwar unterschiedlich von der Farbe her, aber im Gesamtbild sieht das ganz gut aus. Letzten Endes ist es natürlich Geschmackssache, ob du wie bei NSM Records das eben noch mit einem weißen Hintergrund versiehst oder einen Rahmen wie bei 84 Entertainment und das nicht farblich anpasst. Das ist dann letzten Endes natürlich Geschmackssache. Aber das wollte ich natürlich nochmal zum neuen Logo anmerken, dass eben auch diesen Play und Pause oder Pause-Button entspricht, den wir ja von unserem Videorekorder oder Abspielgerät her kennen. Also, das passt definitiv. Dann haben wir eben hier den Schriftzug in der Mitte und unten noch das Blu-Ray-Kombo-Logo. So, jetzt kommen wir zur Rückseite und hier muss man ganz klar sagen, das ist die Schwachstelle des Media Books. Man hat hier zwar ein Motiv drauf, hier oben sind die Köpfe leicht zu erkennen, allerdings ist es auch für meinen Geschmack wie für die meisten etwas zu dunkel geraten. Man hat sich zwar Gedanken gemacht, dass man das Backmotiv und auch die Charaktere hier eher dezent zurückhaltend wirken lassen möchte, um auch den Augenmerk auf das Frontmotiv zu legen. Aber für meinen Geschmack ist es etwas zu dezent, zu dunkel und leider auch sehr viel Platz hier verschenkt. Unten haben wir ein paar Credits drauf, sowie die technischen Daten. Wie immer haben wir auch die Limitierungsnummer mit am Start, um welches Cover-Design es sich handelt, auf wie viele Exemplare diese Cover-Variante limitiert ist. Und dann haben wir hier eben nochmal den Künstler verewigt. Hans Wudi, das finde ich richtig klasse. Also drehe ich das Media Book um, dann sieht man ganz klar, der Fokus liegt auf das Frontmotiv, aber es ist selbstverständlich etwas schade, dass man hier beim Backmotiv so zurückhaltend war, auch wenn man natürlich die Hintergedanken verstehen kann. So, dann gucken wir uns doch mal die inneren Werte dieses Media Books an. Wir haben hier die Disc, die einen wunderschönen Farbverlauf hat, wo man sich auch wirklich Gedanken gemacht hat, denn diese Farben, die entsprechen genau den Farben, die unser Hauptcharakter am Ende des Films im Gesicht hat. Und zwar sind das Reflektionen von Lichtern. Welchen Lichtern? Richtig, Polizei-Auto oder besser gesagt ähnlich einem Polizei-Auto einer Sirene. Es beginnt im Film mit einer rassistischen Polizeiszene und es endet im Film mit einer, ja nicht Polizeiszene, aber einem Polizeiauto. Und untypisch und entgegengesetzt allen Klischees in Horrorfilmen gelingt unserem Hauptcharakter was? Genau, Get Out. Also hier sieht man, das hat man richtig clever gemacht und ist so ein kleines Easter Egg, möchte ich mal sagen, wenn man denn das weiß. Seht ihr die Farben hier? Also ich denke, jetzt wird das klar, warum die Disc diese Farben haben. Noch was zum Innenprint. Hier sehen wir einen weißen Hintergrund, beim Booklet schwarz. Hier sind schwarze Spritzer drauf und hier weiße. Wieso, weshalb, warum dürfte eigentlich bei dem Inhalt des Films und der Story jeden klar sein. Das sind keine Farbflecken. Im Internet habe ich zum Beispiel ein paar Kritikpunkte gefunden, wo angemerkt wurde, dass bei der Cover-Variante C, meine ich, die dem Kinoplakat entspricht, auch auf dem Frontmotiv schwarze Flecken drauf sind, auf dem weißen Cover. Das ist natürlich Absicht. Das entspricht sowohl dem Kinoplakat, als auch natürlich so ein kleines bisschen dieser Schwarz-Weiß-Malerei, die der Film herauskristallisieren möchte. Also auch hier hat man sich Gedanken gemacht. Gucken wir uns einmal das Booklet selbst an. Das ist sauber verarbeitet. Es wurde vernäht, sehr schön vernäht. Hier hängen keine Fäden raus. Hat man auch schon anders gesehen. Aber das hier ist absolut top verarbeitet. Dann beginnen wir mit dem Booklet, das auch wieder von Antje Wessels geschrieben wurde. Und hier hat man dann immer so etwas versetzte Bilder. Auch hier hat man sich ein bisschen künstlerische Freiheit rausgenommen. Denn der Film ist unterschwellig und auch verstörend. Und das Ganze wollte man selbstverständlich dann auch künstlerisch hier bei den Bildern widerspiegeln. Vom Inhalt her geht es hauptsächlich um den Film selbst, auch ein bisschen um den Regisseur. Dann auch wie man das Ganze deuten kann, auf welcher Ebene der Film funktioniert, welche Hintergründe es gibt, wie der Bezug auch zum damaligen Präsidenten Donald Trump ist und war. Und wie es eben ist, als schwarzer Afroamerikaner in Amerika zu dieser Zeit zu leben und mit welchen Ängsten man sich hier auseinandersetzen muss. Sehr starkes Booklet, wie ich finde. Hier kommen wir dann auch schon zum Schluss, wo dann die ganzen Quellen angegeben werden. Dann kommen wir auch schon zur Rückseite des Mediabooks. Hier haben wir das Ende des Booklets, auch schön sauber verarbeitet hier an dem Rand. Und hier haben wir etwas untypisch für Birnenblatt, den Film nochmal auf Blu-ray. Die Discgestaltung entspricht der 4K von vorne, von der Farbgestaltung. Wieso, weshalb, warum, wissen wir ja jetzt. Und typisch für Birnenblatt sage ich, weil nehmen wir zum Beispiel hier, vergiss meinen nicht. Normalerweise hat man vorne den Film auf Blu-ray am Start, ja. Und hinten hat man dann nicht den Film nochmal auf DVD oder so, sondern immer eine Disc gehabt mit einem Mehrwert. Hier haben wir zum Beispiel die Filmanalyse von Wolfgang M. Schmidt exklusiv nur in diesem schicken Mediabook zu erhalten. Oder ansonsten gab es Audiobooklets, auch mal Bonusfilme oder den Soundtrack dazu. Das vielleicht mal auch als kleinen, aber feinen Kritikpunkt angemerkt. Hier muss ich aber mal während der Arbeit kritisch dazwischen funken. Diesen Punkt kann ich jetzt so nicht mehr ganz gelten lassen. Denn, sind wir mal ehrlich, wir haben vorne die 4K drin, hinten die Blu-ray. Nicht jeder hat einen 4K-Player, geschweige denn einen 4K-Fernseher. Und da wäre das Geschrei natürlich wieder groß gewesen. Oh, was ist mit den Leuten, die nur einen Blu-ray-Player haben? Biete ich dann zwei Mediabook-Varianten an? 4K und Standard-Variante? Oder mache ich ein 3Disk Mediabook, wenn ich denn noch eine Bonusdisk dazufügen möchte und meiner Linie treu bleiben möchte? Also das ist ein bisschen kritisch. Dann hast du zum Schluss wieder auch noch diese Doppel-Trace, wo die Halterungen schon vom Anschauen auseinanderbrechen. Bisschen tricky. Wie lautet da eure Meinung dazu? Jo, soviel dann einmal dazu. Man sieht es, es ist nicht perfekt, das Mediabook zu Get Out aus dem Hause Birnenblatt. Aber man hat sich definitiv seine Gedanken gemacht und hebt sich dadurch deutlich von der Konkurrenz ab. Ich finde, ein paar Kritikpunkte darf man wie immer auch ansprechen. Man nimmt sie sich bestimmt auch zu Herzen und macht es wahrscheinlich schon beim nächsten Mal besser. Man hat es eben schon hier gesehen bei Vergissmein nicht, dass man sich auch hier Gedanken gemacht hat. Wer das Unboxing dazu noch nicht gesehen hat, ich werde es euch nochmal unten in der Infobox verlinken. Ansonsten danke fürs Zusehen, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und Servus!